Hallo, hier bin ich, Tracy Stenzel, für meine Isolations-Holabide. Heute habe ich für euch eine besondere Gast. Hallo, ich bin Pina. Heute für die dritte Episode geht es darum, Sprüche zu machen, wie es geht in der Corona-Zeit. Wie geht es eigentlich für euch in der Corona-Zeit? Ich habe ein paar Beispiele von anderen Kindern mitgebracht. Ich kann nicht mehr mit allen meinen Freunden zusammenspielen. Meine Eltern arbeiten im Krankenhaus, deswegen muss ich jetzt oft für meine kleine Schwester aufpassen. Meine Vater trinkt den ganzen Tag und ist immer schlecht gelaunt. Sehr schade. Also, das künstliche Aufgabe für euch diese Woche ist, dass euch schreibt, mal selber zu Hause eure Satze. Wie es geht für euch in der Corona-Zeit. Schickt das an mir. Das E-Mail-Triss steht unten. Und in der nächsten Episode werden wir mehrere Sätze mit euch teilen. Okay, jetzt kommt der Teil von dir, Pina. Ja. Was willst du mit den anderen teilen? Ich würde gerne ein paar kampfliche Sport-Move mit euch teilen. So, die ja auch ein bisschen mit Kraft zu tun haben. Also, ja. Ich zeige euch dann einmal den Kickbox. Es ist eigentlich ganz leicht. Man muss nur die innere Kraft in sich finden. Und einmal das gewöhnliche Boxen, wie manche es von euch vielleicht schon kennen. Und auch wahrscheinlich schon können. Also, wir fangen dann jetzt mal mit den Kickboxen an. Wie ganz leicht, ihr geht mit dem Knie und mit dem Gesang im Oberfuß hoch und dann zur Seite. Und ganz wichtig dabei ist, dass bei dem Fuß richtig steigsteig ist. So hart wie steig. Und so steig wie möglich. Ja, und das war's. Und sonst würde das nämlich so aussehen. Also, ich kann's euch jetzt nicht so gut vormachen, weil ich gut trainiert bin. Aber ich denke, das war schon ein bisschen laberig. Und habt ihr ja schon gesehen, dass ich mit meinem Fuß so rumgelabert bin. So ein bisschen. Und ja, also, dann steigen wir mal vom Kickboxen wieder zum normalen Gewöhnlichen Boxen. Also, das gewöhnliche Boxen geht für gewöhnlich so. So, und in Zeitlupe ganz tolle Reinfreschen. Wie ihr auch sehen könnt, ist die hintere Hand auch zur Faust geworden. Wie ein Komet, der auf die Erde zu rast. Richtig schnell in Geschwindigkeit. Wie ihr ja jetzt schon alles gesehen habt, dann setz ich mich mal wieder hin. Es war schön, eure Bekanntschaft zu machen. Danke fürs Zugucken. Danke, Fina. Ich glaube, viele werden Spaß zu haben, zu boxen, zu uben. Vielen Dank. Das war alles von uns heute. Bleib mal sicher. Bleib mal kreativ. Bleiben wir trotzdem zusammen. Tschüss. 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 Vielen Dank.